So Leute, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es mal um einen Deathrun zusammen mit Queezy. Bleibt bis zum Ende dran, weil es wirklich super spannend gewesen wäre, wenn er gewonnen hat. Ihr werdet es gar nicht fassen, wie dieser Deathrun ausgegangen ist. Wenn ich sowas öfter mit Queezy machen soll, schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare rein. Checkt auch Queezy unten in der Beschreibung ab. Sonst, bevor wir mit dem Video so richtig loslegen, würde es mich sehr, sehr supporten, falls ihr meinen Critter-Code ALVIVB im Itemshop benutzen würdet. Es sind nur sechs Buchstaben, der Code ist wahnsinnig schnell eingegeben. So sind auch hier die Ehren-Supporter von euch eingeblendet, die meinen Critter-Code ALVIVB im Itemshop eingetragen haben oder sich sogar was mit dem Code geholt haben im Itemshop, um mir davon auf Twitter oder auf Instagram davon ein Bild zu kommen lassen haben. Sonst könnt ihr den Kanal noch sehr, sehr gerne kostenfrei abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr gar keine Videos mehr auf dem Kanal. Jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit Deathrun. Let's go. Ein Day. Okay, dann hier geht es los, oder was? Ja. Ja, würde ich sagen. Go. Ja, perfekt. Ja, man kann hier nicht sprinten. Ja, perfekt. Du bist der Beste. Du bist so ein Fuli. Ich bin Fuli schlecht in Deathruns. Kann ich dir jetzt schon sagen. Du bist doch der Beste. Hast du an der Controller einen Vorteil, der... Nein, überhaupt nicht. Auf jeden Fall vorne bist du, ey. Okay, das ist aber auch easy, oder? Ja, man hat hier keine Slide-Mechanics und so. Obwohl, auch Sliden kann man aber auch Sprinten nicht. Ich dachte, ich denke, ich kriege da so einen Boost-Effekt bei diesen gelben Dingern. Die gibt's auch, aber das sind die nicht. Achso. Oh Gott, ich hasse das. Nein. Ich bin so nicht gut. Lösch'n vor. Ich glaube, bist du noch keinmal gestorben? Nein Hä? Oh mein Gott, ich bin die ganze Zeit tot, ne? Ich seh es Ja, wie kann man daran so gut sein? Nein, jetzt bin ich einmal gestorben Finally Ey, also ich check das nicht, wie man das so gut dodgen kann Oh mein Gott Ich kriege Anfälle hier Ne Ich bin nur mit 40 Keine Ahnung, wie schwer ich bin Es wird immer schwerer hier, hä? Immer diese Fallen hier dodgen Hä, wie soll man das... Ich kann das einfach nicht Ja, perfekt Oh mein Gott So weit vorne? Ja Ey, scheiße Ich check gar nicht, wie weit vorne du bist, ne? Ey, oh mein Gott Also, das ist echt, das ist echt cringe Ich hab so... ich spiel Deathruns nie, ne? Aber dass ich so schlecht bin Der will 47 Oh mein Gott Ne, also ich weiß nicht, wie du das machst Gibt's nicht Bevor es mit dem Deathrun weiterbegeht, wollte ich noch ganz kurz eine Sache anmerken Und zwar werde ich demnächst in den kommenden Videos mal wieder auf Montagen von euch reagieren Beziehungsweise auch auf Clips oder halt einfach Videos von euch Deswegen markiert mich auf jeden Fall in eurem Titel mit Hashtag AlbiMontage, damit ich eure Montage finde Wäre natürlich am allercoolsten, wenn ihr eure Clips beziehungsweise Montagen auch mit No-Copyright-Musik habt Weil sonst kann ich sie leider nicht mit Sound anhören und das wäre natürlich echt blöd Viele von euch haben sich das gewünscht und das wollte ich noch ganz kurz anmerken und ankündigen, damit ihr auch Bescheid wisst Falls ihr halt demnächst in die Montage hochlädt oder halt schon eine oben habt, dass ihr halt kurz Hashtag AlbiMontage in den Titel dazu packt Aber jetzt viel, viel Spaß weiter mit dem Deathrun Mal gucken, wer am Ende gewinnt Ey, es ist so klar In der jeden Ecke lauert irgend so eine Scheiße Kannst du das jetzt eigentlich aufholen, weil ich hier an einem Level so komplett hänge Was eigentlich total easy ist Natürlich nice Hä? Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Das Level funktioniert nicht Nein! Hey Mann, Queasy, ich kriege gar einen Fall Ich will doch nicht erzählen, dass es bei dir so gut läuft Doch, das ist super Wie geht das hier? Du Scheiße Von oben Als ob oben Hey, wie funktioniert das nicht? Nein! Es ist so... Es triggert so krass Oh mein... Gott! Du, jetzt gerade ist es nicht so, dass du ne... Also du hast halt gerade den Anfang, weißt du? Ja... Ja... Was passiert hier? Hä? Ich schaue es nicht Erfüllig gewesen Boah, es ist jetzt richtig tricky Ich bin jetzt einfach... Nein! Ey, dieses... Dieses Scheiß-Reifen-Level Fertig 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 Haha Was ist das denn für ein Scheiß? Warum... Warum verschwindet dann Brick? Nein, man kann nicht klettern... Oh mein... Ja klar Kann die dodgen? Ja... Ja... Ich kann nicht... Ich kenn die nicht... Ich steh nicht da vorne die ganze Zeit, aber das... Das bringt halt nichts, ich komm halt nicht ran Ich darf halt jetzt einfach einmal nicht sterben die ganze Zeit Ich komm hier nicht durch! Ich hab die doch gedautscht! Nein, ey, ich glaub's nicht Wie? Wie? Du musst rüberspringen, wie peinlich! Nein! Man! Rückenrofter! Ich krieg nen Raster hier! Was ist das jetzt hier? Was ist denn das? Was ist denn das? Ja, das ist übel komisch, die ist alles eingebrochen! Ja, dann... Guck dir mal die nächsten Level an! Also... Na, du bist schon da! Na, du bist schon da! Ja, ich war die ganze Zeit leise, damit du nichts hörst! Ey, man kommt hier nicht durch! Ja! Ja! Ich hab's keine Ahnung, ich hab keine Ahnung! Ja, ich auch nicht, ich komm hier nicht weiter, hallo! Hä? 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 Was ist denn das? Das ist Scam! Das ist Scam! Das ist Scam! Ne! Ich hab keine Ahnung wo! Ey, nein! Ich hab's! Nein! Ich hab's! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Ey, also das ist ja so unverdient! Ja! Wie hast du's denn bitte geschafft? Du hast nicht gewonnen! Let's go! Let's go! Wie hast du's denn bitte hier geschafft? Ja! Quisi, du musst... Du musst nochmal zurück! Und dann gibt's rechts rum, musst du nochmal und dann musst du in dieses Rift springen! Das ist das Ziel schon! Ja! Let's go! Quisi, ich war die ganze Zeit hinter dir! Ja, ich weiß! Die ganze Zeit! Also... Das ist ja Wahnsinn! Hast du's? Wow! Ja! Wow! Quisi, warte! Quisi, Quisi! Sag mal eine Sache, ne? Wer hat jetzt die letzten zwei Challenges gewonnen? Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da! Abo! Kostet nichts! Glocke aktivieren und verpasst ihr keine Videos mehr! Schaut bei Quisi vorbei und in der Beschreibung verlinkt! Da darf ich sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder! Alles gut! Ciao! 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 Mir poo wir es sind sie passiert! Ciao!